Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei GTA 5. Wir sind immer noch an der Mission dran, mit Trevor hier am Hafen. Genau, wir sind das ja alles am inspizieren, was sie da für Ware haben. Und mir ist aufgefallen, Atomic, was ein Reifenhersteller ist, hier in Los Santos, ist ein Monopol. Echt? Ja, jetzt habe ich nur Atomic-Reifen gesehen. Ich weiß nicht, die Regeln bergegeben hat für mich, aber ich mag die Regeln. Und Sie sehen, Sie sind ein Verfall. Sie sind in eine Beziehung von Liebe. Was hast du? Liebe? Ich liebe Deborah. Wenn Sie hier nicht mehr mit dir waren, dann wäre sie hier, oder? Aber sie ist nicht. Du, du wissen, dass ich nicht sicher bin. Du hast eine Beziehung des Schrauznisses. Was? Die Beziehung des Schrauznisses? Nein. Floyd, sie ist eine Beziehung des Schrauznisses. Ja, ich glaube auch. Das ist das gleiche, was er bei Ron gemacht hat. Ihr Scheiß-Psycho-Spielchen von E.M.A.G. Okay, was ist wohl... Interessant! Hallo? Oh! Ist das ein U-Boot? Manifesto sagt, deliver here! Hey, stop! Where the fuck do you think you're going?! Oh shit! What the fuck?! Das ist die Chance! No, 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 no! Verlass das Sperengebiet! Links ist ein Truck! Schöner Truck! Begib dich zu Floyds Apartment! Der Arsch! What the fuck?! Ah, was willst du, Grun? Ein U-Boot! Okay, das hört sich verflucht interessant an. Oh yeah! Äh, ne, die Mission ist noch nicht vorbei. Ne. Muss noch nach Hause fahren. Yes! Okay. Das könnte ja ein riesen Clou mal wieder werden. Ja, es sieht auch noch in einem Clou aus natürlich. Ja, also nach einem... Äh, ein Heist! Heist, ja. Was heißt eigentlich Heist? Äh... Weißt du das? Ich hab die genaue Übersetzung nicht im Kopf. Okay. Heist Überfall, nehm ich an. Oder einfach ein Clou? Ja, Clou. Ja, heißt... Heißt... Okay, Clou wird... Wird Clou auch im Englischen verwendet, das weiß ich gar nicht. Hm... Der Clou, ja. I've no clue, ja. Kein Plan. Clou ist der Plan. Heißt ist denn... Keine Ahnung. Eben, Überfall über... Ja... Keine Ahnung. Nicht direkt ein Überfall, sondern ein Job. Ja, so ein... Äh... Ich meine, ich glaube, das was... Was die in Ocean's Eleven machen... Ja, ich schalte den Reiter schon aus. Das was die in Ocean's Eleven machen... Oder in den Ocean's filmen... Ja. Äh... Das sind eigentlich auch Heist, wenn man's so... Ja, genau. Ja. Wenn man's so nehmen will. Aber die... Die schaden ja niemandem. Ja, das sind nicht Überfälle. Raub... 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 Überfälle. Überfälle. Ja, ungefähr so. Keine Ahnung. Ja. Fragt mich nicht. Ich google's jetzt auch nicht. Ich muss... Flugmodus nur schnell einschalten. Flugmodus. Flug... Modus. Eingeschaltet. Ja, genau. Hebst du gleich ab. Hey, ich schalte schnell den Flugmodus ein. Wird so den Lastwagen so... Rrrr. Ups. Das ist strange. Das war ein bisschen unnüblich. Das war ein bisschen unnüblich. Der Flugmodus von YCity. Ja, der war geil, ja. Oder der von San Andreas, der war dann wirklich so wie ein Flugzeug. Ja. Jedes Auto war wie ein Flugzeug. Ja, du musst links abbiegen, ne? Was auch für einen lustigen Cheat gab, ist, sobald du ein Auto berührt hast... Ist es in die Luft geflogen? Äh, nee, also wortwörtlich. Also nicht explodiert, sondern... Ja, ja, klar. Hat er angefangen loszuschweben. Ja. Und dann hab ich mal, äh, den Trick angewandt. Äh, ein Luftkissenboot genommen. Es berührt. Sofort eingestiegen. Ha, ha. Und dann damit rumlüftigen? Ne, mich einfach hochschweben lassen. So weit wie nur möglich. Und dann wird Cheat wieder deaktiviert und dann bin ich losgeflogen. Geil. Hahaha. Lustig. Oh, ja. Das... Das war wirklich lustig. Das war's funny. Das war's funny. Das war's funny. Okay. Jetzt musst du nach oben. Cool. Wollt ich schon immer mal haben. Passt zu der Kleidung, die wir haben. Der Koffer immer noch in der Hand. Ja. Mal schauen, was... Was drin ist, ne? Oh je, die... Die Wohnung sieht echt aus. Was? In der Namen aller Dinge, Heilig! What the fuck... Äh... I tried to stop it. But it just kept coming... I'm coming... Oh, it's... Oh, it's... There, there, Wade. Hehehehe. Hehehehe. Sie hat rumgekatzt. Was Katze? Hehehehe. Ne, das ist doch scheiße! You get what you needed? Yeah, 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 yeah. More or less. I just got to figure out a place to plan this now. Aha, da ist Scheiße. Ja, es ist wirklich ein heiß. Awesome. Geil. Okay. Geil. Wie geil ist das denn? Wow. Aber wir können uns entscheiden, was wir holen. Wann oder wo? Wollen wir es auf der Hochsee machen? Aha. Oder wollen wir es im Frachter machen, indem wir den Frachter in die Luft jagen? Äh, Minze warten. Frachter, Frachter hoch. Wirf eine Münze. Also, Kopf ist A, Hochsee ist B. Soll ich nochmal drehen? Ja. Kopf, Frachter. Ich glaube, das wird die brutalere Version. Ich stehe dir gerne. Wir werden Michael involviert, und er kann uns in Kontakt mit einigen Lokal-Talenten bringen. Okay, all right. Ha, geil er heißt. Oh, wir gehen direkt nach dem Lokal-Union-Rep. Wade hier wurde in die Leistung von seinen Däuten verletzt. Human-Waste hat sich in seinen Poren verletzt. Und ich bin sorry, dass ich das sage, aber ich glaube, dass er nicht immer normal sein wird. Du kannst nicht zur Union gehen. Du bist zur Union, all right? Und du hast uns verletzt, all right? Trevor, du planst ein Verletzt auf meinem Platz zu arbeiten. Du verletzt, Herr Raspberry Jam, und Gott allein weiß was, was anderes. Du verletzt, Deborah. Schau, meine Frau und meine Union. Das ist alles, ich habe. Also, warum nicht wir, äh, warum nicht wir das alles schlafen? Huh? Wenn du dich mit dem, was passiert mit deinem Freund? Dann soll es das, okay? Aber ich würde ihm ein Blatt und ihn wegziehen. Was für Weirdos, geil. Gott. Ah, whatever. Das, die Sau. Oh, Mann. So. Verstanden. Ja, Missionszeit. Das ist immer das Problem, wenn du das erste Mal spielst, die Missionen und Missionszeitst, wenn du alles anhörst und so. Außer du bist der Oberpro. Ja, eh. Oh, du hast es auf Anhieb rausgeschafft. Ah, er ruft Michael direkt an. Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in L.S. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Begeisterung. Begeisterung. Okay. Okay, ähm. Was machst du? So, wechseln. Aha, okay. Zu Michael. Michael. Zu Michael. 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 So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir zur B-Mission. Büro. Der Büro. Gibt es wohl auch Aktien? FIB? Keine Ahnung. Oh. Unser depressiver Hund. Stimmt, die anderen sind ja alle weg. Alle weg. Ah, krass. Stimmt, jetzt wo du sagst, oder wo ich sage, Tracy. Oh, Tracy. Baby, hast du geholfen? Ja, schau, Dad, wir sind geholfen. Ich bin geholfen, auch. Ich will wirklich dich sehen. Ich will nicht, dich sehen. Du brauchst Hilfe. Wie, wirklich, wirklich, wirklich Hilfe. Und wenn du es nicht verstehst, dann wird du geholfen. Tracy, ich werde. Aber du wirst nicht wissen, was du sprachst. Ich versuchte, Daddy. Das ist alles, was ich konnte. Ah, toll. Oh, Mann. Schöne Familienprobleme her. Finde ich so übel. Yep, hat was. Mal gucken, kann ich... Hallo? Ich hab... Äh, verweiter. Kann mich nicht neben dem Umzug auch noch damit rumschlagen, also hab ich dann deine genommen. Bin ich auf eigenen Füßen... Äh, bis ich auf eigenen Füßen stehe. Ich bring's zurück, wenn alles geregelt ist. Natürlich alles kleingeschrieben, keine große Kleinschreibung. Jizzle. Jizzle. G, man. Das war G. Ja. Äh. Äh, ich nehm an, ist das oben, oder? Ich glaub auch. Dave, Michael, deine Waffen sind... Ah, ja, das war doch vom... Das ist ja uralt. Von der alten Mission. Äh, da ist es. Äh, ja. Warte mal. Das machst du? Ich wollte noch kurz... Vielleicht können wir ihn anrufen. Hm, ich sag nicht. Oh, Mann. So. Okay, go for it. FIB. FIB. Toll. Frigide... Ja. Ignorante Bitches. Bitches, ja. Ah, die sind grad nebeneinander, aber noch schnell und nicht schlecht. Ja, das sind nebeneinander, das ist so... Geil, ironisch, ja. Begib dich zu Dave. Ah, da vorne ist er, ja. Und zwei weiteren Beamten. Ich geb' da andere, sein Vorgesetzter. Ja. Ja. Geil, Heinz, amigo. Aber du wahrscheinlich schon wusste das. Sorry, dein Name Tag hat sich verletzt. Co-ho-ho-ho-da. Haha. Hahaha. Hahaha. Andres? Take your notes? This stuff? Woah! Pure magic! I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third rate country club? Haha. Heheheheh Heheheheh Was für ein Arsch. 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 Was für ein Arsch.